Heute möchte ich dir zeigen, wie du den Schild des Anfängers herstellen kannst. Und zwar macht man das hier in der Kriegsschmiede des Gesellen. Und hier findest du den Schild des Anfängers. Und um den herzustellen, brauchst du viermal Rohholz. Und dann kannst du das herstellen. Und sobald du das hergestellt hast, kannst du es entweder anlegen oder du kannst es im Markt verkaufen.